Da dachte ich jetzt erstmal entspannt auf Feierabend nach dem Praktikum, aber nö, warum auch? Und damit Moinsen zu diesem VfB aktuell. Der VfB veröffentlichte die Meldung, Thomas Hitzesberger verlängert nicht beim VfB. Bevor ich hier meinen Mangel dazu abgebe, was bei mir so im Kopf vorgeht und was ich auch aus Gesprächen rund um das Thema, sowie auch auf Social Media ergeben habe, kurz hier die offizielle Meldung vom VfB. Der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzesberger hat dem Aufsichtsrat der VfB 1893 AG mitgeteilt, dass er seinen im Herbst 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Er hat dies sowohl dem Aufsichtsrat-Vorsitzenden Klaus Vogt als auch dem gesamten Gremium persönlich erklärt. Der VfB nimmt diese Entscheidung mit großem Bedauern auf, respektiert sie jedoch voll und ganz. Sowohl der Aufsichtsrat als auch Thomas Hitzesberger haben zudem bekräftigt, dass die Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung keinerlei Auslückungen auf die laufende Zusammenarbeit haben soll. Thomas Hitzesberger bleibt auf Wunsch des Aufsichtsrats bis zum Ende seines Vertrages im Amt. Er wird in die Suche nach einem Nachfolger eingebunden und wird diesen auch einarbeiten. Klaus Vogt, Präsident und Aufsichtsratvorsitzender des VfB, sagt folgendes, Wir bedauern, dass Thomas seine Tätigkeit für unseren VfB nicht über die vereinbarte Vertragslaufzeit fortsetzen möchte. Die Weggründe dafür respektieren wir jedoch. Thomas macht einen großartigen Job als Chef unserer AG. Unter seiner Führung hat der VfB sich sportlich sehr gut entwickelt, sich professionalisiert und das Profil eines Klubs erhalten, der für gesellschaftliche Werte wie Toleranz und Nachhaltigkeit steht und sie offen vertritt. Dafür sind wir und bin ich ihm persönlich dankbar. Thomas genießt im gesamten VfB höchste Wertschätzung. Es gibt im Aufsichtsrat keinerlei Zweifel daran, dass er seine Aufgabe bis zum Vertragsende fortführen soll. Für die Suche nach einem Nachfolger können und werden wir uns die gebotene Zeit nehmen, denn wir sind in der AG stabil und stark aufgestellt. Und dann natürlich noch Thomas Hitzberger selber. Ich habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass ich für eine weitere Zusammenarbeit über das Vertragsende im Oktober 2022 hinaus nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Dies ist mir nicht leicht gefallen, denn der VfB bedeutet mir unheimlich viel. Ich verbinde viele wunderbare Momente mit diesem Klub und den hier wirkenden Menschen. Nachdem ich im Oktober 2019 als Vorstandsvorsitzender angetreten bin, haben wir gemeinsam mit großem Engagement und Teamgeist die Weichen für eine erfolgreiche Ausrichtung des VfB gestellt. Die neuen Strukturen und Prozesse machen den VfB schlanker, schneller und robust. Der Fokus liegt wieder auf den Spielern und ihrer Entwicklung. Trotz der Einnahmeverluste durch die Pandemie ist es uns gelungen, den VfB sportlich attraktiv zu gestalten und wirtschaftlich auf solide Beine zu stellen. Zu meinen Aufgaben gehörte und gehört jedoch, im Interesse des VfB schwere Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie mich persönlich betreffen. Nach reiflicher Überlegung möchte ich im Herbst 2022 den Weg freimachen für einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Ich empfinde große Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre und bleibe dem VfB auch in Zukunft emotional eng verbunden. Und ich werde gemeinsam mit unserem Team bis zum letzten Tag in diesem Job alles für den VfB geben. Also gut, rein in die Materie. Gerade bei solchen Themen natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare, da ich ja hier quasi nur so ein bisschen mein Brainstorming wiedergebe. Ja, auf jeden Fall schon mal klar, der VfB kennt mal wieder keine Ruhe. Gut ist erstmal wohl, dass wir jetzt schon Klarheit haben. Also ein Jahr vor Vollzug. Das ist schon mal besser als erst im nächsten Jahr im Juni oder sowas. Dazu ist auch Hitzesberger in die Findung von dem Nachfolger involviert. Und da können wir und müssen wir, weil bleibt ja nichts anderes übrig, erstmal hoffen, dass wir einfach einen anstrengenden Ersatz bekommen. Nun, die Nummer 1 Angst quasi der meisten. Missentat ist damit auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt weg. Und damit weiter gestrickt quasi gibt es bald wieder einen sportlichen Abstieg beim VfB. Da gibt es ja zum Thema Missentat zwei gegensätzliche Berichte und Aussagen von ihm quasi, die man da nennen kann. Also einmal wäre negativ, hieß es mal, dass Missentat nur bleibt und verlängert, wenn Hitzesberger auch bleibt. Das ist ja jetzt nicht gegeben. Auf der anderen Seite, das dürfte zeitlich auch, glaube ich, danach gewesen sein chronologisch, sagt er auch, dass natürlich dem VfB unabhängig von irgendwelchen anderen Personen verschrieben ist und diesen Weg des Projekts natürlich weiterführen will. Sein Vertrag läuft bis 2023 und zur Vollständigkeit Matarazos Vertrag läuft bis 2024. Da gab es ja Gerüchte, dass es eine Ausstiegsklausel ab 2023 gibt. Das sage ich dazu, dafür natürlich den sportlichen Erfolg, den sportlichen Weg vor allem ein bisschen Zeitfest machen. Und diese Angst, dass Sven nun dadurch auch weg ist, ist ja auch irgendwo gegeben. Auch eben wegen dieser großen Hitz-Fugt-Problematik. Wir erinnern uns alle daran und vom Gefühl her auch und in den Entscheidungen zur Verlängerung von Matarazos zum Beispiel war es ja auch dieses Duo von den beiden, das sich am Ende durchgesetzt hat. Man kann das auch, wenn man uns darauf beziehen will, als endgültigen Sieg von Vogt werden. Quasi den Sieg im damals dann eben doch nicht fürs Präsidentenamt ausgeführten Machtkampf zwischen Vogt und Hitz. Sollte also ein bisschen halt auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt gehen, könnte man die Auswirkungen von allem rund um diese Datenaffäre und Präsidentenwahlen nicht komplett wegdiskutieren. Ein anderer Aspekt ist aber eben auch für mich dann auch, wohin es dann in Hitz zieht, um uns bei den jetzigen Fakten zu bleiben, weil ein bisschen das ist ja noch lange nicht weg. Die genauen Beweggründe von Hitz erfahren wir bisher noch nicht, weil so nicht, ob die jemals großartig erfahren werden. Wenn er jetzt aber natürlich fiktiv gesagt nächstes Jahr bei den Bayern oder beim BVB oder irgendwo in der Premier League anheuert, wäre das sicherlich auch ein starkes Argument dann für den Abgang nächstes Jahr beim VfB eben. Dasselbe wird auch der Fall sein, wenn ein Missentat irgendwann mal geht, weil machen wir uns nicht vor, er wird irgendwann mal gehen, wenn er so weiter solche Leistungen bringt, dann wird er auch ganz klar zu einem Top-Club wechseln. Also vielleicht möchte ich auch einfach nicht alles auf dieses Vogt und Hitz, auf diese Geschichte da beziehen, die auch durchaus zwei verschiedene Meinungslager beim VfB gebildet hat damals. Aber sie muss halt einfach nicht unbedingt die einzige oder auch vor allem nicht die größte Komponente sein bei solchen Geschichten. Und dazu habe ich, so berechtigt auch eine Furcht zur Zukunft des VfB, jetzt mal ganz weit gestrickt zugegenmaßen, ist einfach kein Bock, jetzt wie immer beim VfB alles schwarz zu malen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, doof gesagt, das habe ich einfach schon zu oft getan. So mache ich mir auch dieses recht rosige VfB, wird aktuell nicht schon lange im Vorhinein von irgendwelchen möglichen Auswirkungen kaputt. Und Fakt ist erstmal, Hitz hat uns ein Jahr im Voraus informiert, dass man mit seiner Hilfe für den nächsten Herbst einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen muss. Er wird ihn auch einarbeiten, weshalb und wie es für ihn weitergeht, weiß man nicht genau. Also heißt es für uns vor allem auf jeden Fall nochmal mehr, dieses eine Jahr und vor allem dieses Trio Materazzo, Mistelat und Hitzesberger in vollen Zügen zu genießen. Und dann wird eben zu beobachten sein, was jetzt die Folgen von Hitzesbergs Abzug sind im nächsten Jahr. Ja, Fazit so ein bisschen, wäre auch einfach zu schön gewesen, wenn mal zwei Jahre Ruhe im Verein wäre.